Du könntest gleich mit mir spielen, sag ich nur dir. Also, es wird mit dir. Du könntest dann gleich mit mir spielen. Okay, da landen einfach zwei Leute. Stürf, meine Axt nimmt dir deine Ehre. Der hat mich nur einmal geschafft, mich einen Axtschlag zu nehmen. Einen Axtschlag. Spass zu. Spass zu. Spass zu. Headshot. Headshot. Oh man. Das ist ein neuer. Ganz böse. Mein Gott. Oh mein Gott, sind hier viele. Das ist so schwer jetzt. Das ist so schwer. Das ist so schwer. Das ist so schwer. Das ist so schwer. Jacqueline 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 So, nach der Runde lade ich dann Ghost LP, also Security LP. Dann können wir zusammen zocken. Deine Ska! Das ist so scheiße. Ach, ich hab ihn zwei. Wut du? Nee, noch. Hüt! Das ist so scheiße. So? So? tier nicht Vielen Dank. Zivisa Max. Wie soll ich die Stans nehmen, wenn ich in der Runde sind? Sag ich dir nochmal. Wie soll ich das machen? Soll ich jetzt den Skills wegnehmen, oder was? Aber trotzdem muss man das nicht zweimal schreiben. Einmal schreiben reicht. Nochmal eine Spaßzirv. Alles klar. Ich hab alles bis auf Leben. Das ist es halt. Ich grüße euch alle. Ich editiere öfters so. Das ist halt schlecht. Dieses... Ähm, dieses... Dieses komische... Ich weiß nicht mehr, wie das nochmal heißer war. Das, was ich euch gerade eben ganz am Ende gezeigt habe, ist, das kann ich gar nicht, weil ich das nicht benutze. Ich benutze wirklich nur... Die ist hier. Immer wieder. Was jetzt beim Medizieren, dass ich mich verdrücke und dann kommt dieses Zingster. Minicam. Peekness. Das war ein King. Das ist ganz normal Solo. Was denn, kann es denn noch sein? Kann es Spielwiese sein? Nein. Kann es Great Booth sein? Nein. Kann es Team Hody sein? Nein. Man sieht doch, dass da ein Solo-Mensch rumläuft. Da muss man schon wissen, welcher Moody das ist. Da muss man schon wissen, welcher Moody das ist. Ich sehe ein Brennan-Kan. k k k kippen der vorliegten hat auch noch nicht in der vorliegten die er lässt mich doch da rein jetzt Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und dann guck mal da oben bei FBS, wie das immer wieder aussieht. Eine Sekunde in Ordnung, 40, eine Sekunde, 60. Eine Sekunde in Ordnung, 49. Glaube ich nicht mal eine Sekunde, wie das so aussieht. Spieler, 313, hat die Landung vermasselt. Nope. Das war's für heute. Ich bin noch nicht nah genug. Ich habe den Rocket Launcher genau in seinen Mund reingeschoben. Perfekt. Das war's für heute. Nein. Mein Kill. Ich werd' dich noch umbringen, du Bum-Bogen-Kacker. Bum-Bogen-Scheiße. Leute. Das ist mein wirkliches Skyline. Das war grad No-Aim und ich hab' ihm zwei Headshots und noch nicht gegeben. Bum-Bogen-Kapper. Bum-Bogen-Kacher. Bum-Bogen-Kacher. Ich werde dich rächen! Alter! Alter! k k der nervt so ne, der spammt mich die ganze Zeit voll der hört nicht auf k der nervt voll noch nie so ne Nervensäge gesehen k 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 Untertitelung des ZDF, 2020